Jetzt ein sehr kompliziertes Verhaar. In 2020 sollen wir eigentlich hier in Hamburg spielen, natürlich. Und das geht nicht, Corona, bla 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 bla. Jetzt sind wir nach Hause gefahren. Und wir denken, was machen wir heute? Vielleicht eine neue Schallplatte machen. Und das haben wir gemacht. Das Schallplatte heißt Wolfpack. Und, ähm, yes, the funny thing is, if we would have played here in 2020, die Schallplatte wouldn't have been there. No. So, I'm kind of, I'm sad we didn't play in Hamburg in 2020, aber auch ein bisschen. Wir haben eine neue Platte. Sehr schöne Platte. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier heute Abend sind. Mit einer neuen Schallplatte. Aber wir haben, äh, an das Ende der Corona-Zeit, in 2022, auch noch eine neue Schallplatte geschrieben. Die gehen wir im nächsten Monat aufnehmen. Und das wird auch ein super, äh, super tolles Spektakel. Zum Glück, loading İşteet! Äh, super tolles Spektakel! Spektakel! You know what I mean. Right? follows Wow, ähm… Quakt mitbeer I talk so much during the show, I don't have time to drink beer. Jah! Such a shame. Cuz I love this German beer. There's nothing better than walking into a dressing room in three of them, exposing mir fray und zum Champagne, pex concerns Fail printers! GJust raften, Und hier haben wir die Jeeva. Warum haben sie die Wurst in den Dress? Das ist die Wurst. Die Wurst ist die Wurst in den Elevator. Hier geht's! Das ist die Wurst. Hier geht's! Das ist die Wurst. Das ist die Wurst. Musik 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 Ja, I would do right by you Fixed me up and I'd love it All my chances I'd do But I'd get to see you again Yeah Think they say what it don't take But I think I do No next one Ask him for a favor I'm gonna bring you back I am my savior It's time to listen Tell me about the melody she did I am my savior I am my savior Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020